So schön, so schön, so schön, so schön, sie sind da. Da seid ihr ja. Herzlich willkommen hier zur neuen schmecktakulären Tassimo Show. Kalte Tage heiß genießen. Präsentiert von Tassimo Latte Macchiato Lebkuchen und Tassimo Baileys Hot Choco. Und Johannes Oerding, der kommt heute aber der ist heute sozusagen nur in Anführungszeichen das Dessert. Denn vorher muss ich euch diese Damen hier vorstellen. Es sind die Gewinnerinnen von unserem großen Backbattle. Wir haben hier Team Rot, das Tassimo Team Latte Macchiato Lebkuchen. Ihr tretet an gegen Team Braun, das Tassimo Team Baileys Hot Choco. Ihr seid im großen Finale und ihr habt bis jetzt sozusagen gebacken, was ihr wolltet. Damit ist heute Schluss, denn heute bekommt ihr von mir eine Aufgabe. Ihr müsst einen Lebkuchen und ein Hot Choco Brownie machen. Auf die Plätzchen, Finger aufs Knöpfchen und Play! Der Schlusspunktestand ist 23 zu 30 Punkten für das Team Braun! Und das Beste, das kommt ja jetzt noch. Denn jetzt, Mädels, gibt es das bisher. Ladies, da ist der Mr. Johannes Herdon! Ach komm, da können wir uns direkt mal einmal Hallo sagen. Ich hab gehört, ihr wart schon fleißig, ihr habt schon ordentlich was weggebacken hier heute. Also Mädels, auf euch! Prösterchen! Hallo! Hallo, gemütliche Hütte! Alles brennt und alles geht in Flammen auf. Und alles, was bleibt, sind Asche und Trau. Es ist wahr, was die Leuchtschrift in die Nacht schreibt. Es gibt sie noch, die große Freiheit. Johannes Herding! Danke dir! Das war's! Tassimo Lac de Macchiato, Lebkuchen, Tassimo Baileys Hot Choco. Johannes Herding und meine Wenigkeit sagen vielen Dank. Das war eine Megasache hier. Und die ganzen Rezepte von heute gerne mal ausprobieren, sind super lecker. Wir können zwar keine weiße Weihnacht versprechen, aber auf jeden Fall eine sehr leckere. Tschüss! Das war echt sehr cool. Es war insgesamt ein superschöner Tag, kalte Tage heiß genießen, das Motto hat es voll getroffen.